Eisbrecherin Karin Wow, liebe Karin, danke, dass du hilfst, das Eis zu brechen mit deinem ersten Stenno-Video, das nicht ohne Videoantwort bleiben wird. Das ist sie, übrigens. Besonders freut es wahrscheinlich nicht nur mich, dass du anderen zu einem leichten, sanften Einstieg verhilfst. Indem du ganz langsam den Text mit einem Laserpointer vorträgst. Dies ist eine Funktion der Wittel-App von iPad, die ich auch verwende. Diese beiden Apps könnten mal in einem Stenno-Video namens Wittel vs. Educrations verglichen werden. Alles Gute und allen Friedemann.